Tja, da bin ich wieder, der 7 BAC, muss mich in die Ecke drängeln. So, das ist hier der DKE 38, deutscher Kleinempfänger 38, auch bekannt als Göppelschnauze, aber das ist kein Gemeinschaftsempfänger aus dem Dritten Reich, das ist ein Nachbau wahrscheinlich von Restbeständen aus dem Dritten Reich und zwar ist das ein Gerät, der von der Blaupunkt, jedenfalls nach dem Krieg produziert, erkennt man sich auch an die Holzgehäuse, die anderen bestanden aus einem Bakalitgehäuse. Ja, so, dann werden wir mal schauen, ob wir was empfangen. Wir empfangen was. Ich weiß aber nicht, was es ist. Oh! Oh! Das ist der DRM-Sender G-Reine Wissen auf Mittelwelle, 855 Thürerz. Das ist alles ein bisschen, da muss man noch ein bisschen Fingerspitzengefühl bei der Abstimmung haben. Na, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, das war die Mittelwelle. Mal schauen. Na ja. Also, das Gerät spielt schon. Bloß man braucht etwas Fingerspitzengefühl, um dieses Gerät, in diesem Gerät etwas zu entlocken. Aber ich glaube, hat jeder gehört. Dann müssen wir ausschalten. Und ja, das dazu, der DR7 DRC. Das ist das Gerät. Das ist das Gerät. Das Gerät. Das Gerät.